Bei den Damen an der Brötchenstraße in der LSG-Küche. Ihr neuer Kollege legt Rohmaterial vor und versucht sich auf den Rhythmus der Damen einzustellen. Die Brötchen sollen auch an Bord der LH 404 gehen, heute Nachmittag Richtung New York. Hoffentlich kommt er nicht aus dem Takt. Oh, jetzt war ich ein bisschen zu schnell. Der kleine Brötchenstau ist schnell behoben. Die Damen nehmen es gelassen, denn sie wissen, die neue Arbeit macht ihm Spaß. Also ehrlich jetzt, ich habe Maler und Lackierer gelernt. Der Beruf war mir zum Monoton, jeden Tag Wand streichen. Hier, arbeiten wir hier ein bisschen, zwei, drei Tage da.